Yo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lara Croft Tomb Raider Legend, die 20. Folge und ja, wir spielen mal weiter. Das ist jetzt übrigens gleich der Hass-Part, das Spiel ist unter anderem so ein bisschen, weil ich es hier einfach nur tierisch nervig finde. Das hat aber schon mit dem Feuer weiterhin angefangen. So was sieht, erhebe sind wert, das weiß ich, Leiter auch nicht. Ich trüge ihn aber trotzdem jedes Mal. Okay, ich weiß nicht, es ist auch öffnet die Tür. Aha. Ähm, oh. Scheiß nicht an die Aufrufe guckt, äh, 19. Sag mal, ich hab mich, was Gammel ist. Oh, ich kann rechnen nicht, ey. Ja, okay, das passt schon. So rum. Au, entlang. Ich hab einen Kontrollpunkt, weil ich die Kiste zu mir gezogen hab. Cool. So. Äh, geh ran. Ja. Äh. Was gibt's denn hier leckeres? Mmh. Toll. Sonst hab ich mich schon immer gewürgt. Komm, geh weg. So. Und du. Oh, geht's noch? Hey. Halt die Fresse, ich will, ich küsse, ja. Ah. Dann halt so. Mit Lara Croft legt man sich nicht an. Frist das. Lass mich rein. So. Ha, ha, ha. Okay. Okay. Hey, ich bin's, Fresh Dumbledore. Wie sollte ich das denn jetzt auch am besten machen? Weil, weil, ähm, ja, darum, ne? Nee. Jetzt muss ich nochmal da drüben gucken. Kann man da auch so hoch klettern? Ist das gleiche Höhe? Gut, ich brauch dich nochmal. Lieber, 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 Mr. Kiste auf Stahl. Der, ähm, kling abfängt. Genau. Ja, hey. Du, 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 du. My heart be like time build rum. Ah, gedung, gedung. Sollte aufhören zu singen, richtig? Ja. Ähm. Und jetzt, okay, hier. Und hoch mit dir. Und Tag. Und Tag. Und darauf hab ich jetzt keinen Bock, weil ich auch gar nicht weiß, was das bewährt. Denn die hat bestimmt ein Goldschutzreiches Netz, wo ich wieder mal nicht hier raffen, wie es gehen soll. Einmal noch weg. Äh, scheiße. Ja. Das war jetzt kackig. Ich, 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 ich hab ja keinen Kontrollpunkt bekommen, ne? Ähm. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Bitte nicht nach diesen Kling. Bitte nicht nach diesen Kling. Wo bin ich? Ah, okay. So. Ähm. Der Secret ist auch noch da. Na, halt die Fresse. Ach, ich geh mal davon aus. So. Das find ich aber ganz schön assig. Ich mach's jetzt einfach mal so. Ich tu mal die Kiste da rein, um die andere Kiste holen zu können. Ne, war die da drüben? Ach, komm, ey. Oh, ist das dämlich. Es wird wieder mal ein richtig schöner Let's-Play-Part. Aus dem simplen Grunde, dass man die ganze Zeit Kisten schieben muss. Ja. Ja. Och, komm. So. Gut. Und du kommst jetzt hier raus. Wie auch immer ich das bewerkstelligen möchte. Oh, mein Gott. Ah, okay. So, jetzt kommst du hier rein. Und dich nehme ich mit nach dahin, wo das liegt. Na, 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 na. Ich weiß gar nicht, was für die Dörferwechstums einfach mal. Kann ich mir da wehtun. Natürlich nicht. Ich kann gerne gegen Spitzenspringen. So. Jetzt kommst du hier raus. Ah! Babbabusch! Babbabusch! Ah, eng! Hopp! Und hopp! Und hopp! Hm, hm! Ah, yeah! Okay! Und ich komme dann wieder hoch. Ähm... Hallo, da halt so... Ne, ich diese kleine Kiste. Einfach... ...darin dort. Ne, das ist abgebrochen. Darin dort. Ich singe das Lied bestimmt auch noch falsch. Ach nee, da brauche ich jetzt auch eine Kiste. Oh, sag's halt gleich! Oh, ist das so ein Kotzen hier. Da hab ich ja schon wieder mal keine Kiste da. Da kann ich sie wieder mitnehmen. Ach, ist mir egal. Komm. Ich hab keine Lust, hier Kisten-Cheap zu machen. Ich will Tomb Raider spielen. Ja, rast aus! Scheiß Klingvieh. Lass mich da jetzt durch. Ich... Ich bin Arzt. Soweit kannst du niemals springen. Nein, ich muss einen anderen Weg finden. Das hab ich doch schon mal... Andererseits hätte ich euch Jungs gern schreien gehört. Das hab ich doch schon mal so in der Art gemacht. Ihr Vollnaps. Ich nehm mal nicht an, dass ich mich da festhalten kann. Ich springe einfach. Ich werd zu einem Feuer landen. Das ging ja sogar. Sicher kam doch irgendwann mal Bahn. Hä? Wieso kann ich nicht laufen? Leute, ich hab einen Bug. Okay, jetzt nicht mehr. Ähm. Ich mach das eigentlich so tierisch nervös. Ich hatte solche... Boah! Und in dem Moment, wo die... BTF. In dem Moment, wo die Tür aufging, ne? Kann... Halt die Fresse jetzt. Kann natürlich dieses Schreckensgeräusch. Hä, lol. Jetzt ist das Feuer weg. Okay. Guck mal, da kann ich doch bestimmt raufklettern mit der Kiste. Bestimmt, sie gehört oben. Oh, ich bin so schlau. So. Ja, komm. Ey. Ach, nee. Das ist voll die Schräge. Kann man hier nicht runter als die, ähm, Schlange? Da oben kommt doch dann die Schlange raus, ne? Ja. Okay. Ach. Ich hasse dich. Ich weiß, dass hier eigentlich nichts kam, aber... Panik darf man trotzdem haben. Nachdem man Underworld gespielt, hatte man hier etwas paranoid, finde ich. Na? Wo kommt jetzt Spruch? Hey, Alissa, warum gehst du nicht runter und stellst dich für sie auf die Platte? Warum gehst du nicht runter und hältst die Tür auf? Warum schmierst du mir kein Nutella-Brot? Ja. Da oben ist ein Silberschatz. Ich weiß gar nicht. Siehst du die Kiste da oben auf dem Regal? Die könntest du auf die Druckplatte stellen. Das ist keine Kiste, das ist ein Sarg. Jeder wird töten, dass er bewohnt ist. Tolle Antwort, Lara! So. Hallo? Brech mir jetzt gefährlichst das Käfig-Teil auf. Hallo? Ich möchte gerne an den Schatz ran. Oder geht das? Natürlich nicht. Ja, wie soll ich das machen, wenn der Schwung von diesem Arsch-Teil nicht reicht? Geht doch. Ähm, hier war nichts noch. Habe ich aber auch nie nachgeguckt. Ich glaube, es ist ein Depp-Kind. Naja. Ähm. Und als mir so gut gefiel, hier nochmal das gleiche Spiel. Das war jetzt zwar voll falsch, glaube ich, aber... Wayne. Achso. Na komm. Und tap... Ja. Geh! Geh doch mal da drauf, Mädel. Ha. Bleib jetzt. So. Wir haben nur noch 5 Minuten Zeit zum Spielen. Wenn ich richtig gerechnet habe, was nicht passiert ist. Ach, da ist meine Meinung. Na, geh rauf. Komm schon. Go, go, go. Oh, man. So. Kompliziert, ey. So. So, das ist jetzt aber Ihre allerletzte Ruhestätte, Sir. Hatten alle ihren Spaß? Gut, dann machen wir uns wieder an die Arbeit. Ähm. Das kommt mir so auffällig vor. Oh, Kontrollpunkt. Ach, hier. Ab hier ist übrigens meine Hassstelle eigentlich wieder vorbei. Es kommt nur noch mein Hasslevel entfasst. Aber das lässt sich verschmerzen. Wart auf mich, Mr. Toter Mensch. Ich ändere dann mal eben meine Reisepläne. Dürfte aber nicht lange dauern. Feigling. Keine Sorge, Lara. Ich hab dich immer noch im Auge. Aber unter Wasser hörst du mich vermutlich kaum noch. Gott sei Dank. Hey, das hab ich gehört. Weil die mir gelacht hat. Hehehe. Äh. Oh, what the fuck. Jetzt muss ich doch da rüber. Oh, das schaffe ich doch gar nicht. Ohne diese... Oh. Ich kotze gleich ab. Wie mache ich das denn jetzt, bitteschön? Da. Leute, 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 mit ihr macht... Mit, mit, äh... Scheiße, ich ja. Mit mir macht ihr was mit, genau so. Kletcher, Kletcher, Kletcher. Und, hepp. Und, hepp. So, da war der ja nicht, ne? Geht's mir bei lang? Ah, hallo. Okay, dann komm ich natürlich nicht rauf. Ist das doch ein Scheiß, ne? So. Hebe. Hebe. Hebe, hebe. Butterbusch. Hilfe. Ich werd gleich von nem Sarg verfolgt. Schwimmst du gar nicht hier rein? Oh, wow. Aber in was für nem Tempo. Ich möcht mich gleich... Darin da schwingen können. Schwingen ist gut. Ziehen. Weil das ein Secret... Oh, obwohl. Ich muss doch schnell sein, ne? Geht aus. Nein. Ah. Ah. So, das langt. Fuck. Also rein logisch, würde ich das ja wohl mit dem Enterhaken holen dürfen. Oder Magnethaken, oder was das Ding ist. Ähm. Wo gehst du denn hin? Ich will nicht darin... Boah. Boah. WTF. Ach. Nein. Liebe Lampe, rette mich. Yay. Da war auch nix, ne? Hopp. Und hopp. Und hopp. Oh mein Gott, der hat den Wasserfall verpasst. Ja, ist wohl da gar nicht taub. Was zur Hölle? Ich weiß, dass hier nichts kommt. Wieso kann ich eigentlich 100.000? Also, warum sind wir eigentlich beim, beim normalen Durchspielen? Diese ganzen Gerüche sind nicht aufgefallen. Seht euch das an. Oh. Das ist großartig. Hm. Das ist interessant. Das hätte ich auch in meinen 50-Abonnenten-Special reinbringen können, wo ich diese Kustel gefilmt habe. Seht euch das an. Das ist großartig. Ähm. Ja, also nee. Ich will einen Kontrollpunkt nicht. Ich glaube, den kriege ich sogar, wenn ich da hochkletter. Soweit konnte ich mich noch erinnern. Komm schon. Yay. Ich bin voll schlau, ey. So, und ja. Äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Zur 21. Und, wenn das wieder heißt, let's play Tomb Raider Lara Croft. Äh, andersrum. Lara Croft und Traitor. Ja, schön. Tschaui.